Nationalhymne Frankreichs zum großen Preis von Frankreich in Leckoste. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, so eine schöne Nationalhymne und so feierlich das Ganze, auch die Zuschauer, die sind hier richtig aus dem Häuschen und schwenken ihre Flaggen und das nehmen wir so gerne mal mit. Also, das verspricht Höchspannung, all das was wir gehört haben. Wir sehen auch nochmal Max Verstappen im Polzetter.